Da, schon wieder rausgeflogen. Ping über 89. Jetzt werde ich wohl regelmäßig meine Ping überwachen müssen. Ah, du bist wieder bei mir im Squad. Das ist schön. Oh Gott! Hat eben alles geruckelt. Oh. Ja, das war Inkompetenz. Es könnte gleich ziemlich holprig werden. Ich fahre mal direkt zu den Gegnern hin und lasse dich direkt nebendran raus. Damit du es jetzt sefieren kannst, okay? Wuhu! Fahren wir durch Mauern durch! Soll ich jetzt raus oder? Probier's, probier's, probier's. Ich fahre dich direkt hin. Lass dir, ich finde, dass alles rauskommt. Oh. Nein, der liegt nicht. Der ist raus. Abfahrt, der ist durch. Haben gekriegt. Boah! Ist das ein Gemetzel hier? Über uns fliegt die ganze Zeit der Heli. Siehst du ein gegnerisches Fahrzeug? Schnapp dir das, schnapp dir das LAV da. Aber ich bin Gegner. Und wenn dich erobereidrativ. Ah, verdammt! Ja, da ist ein Gegner. Ich lenke ihn ab. Okay. C4. Der ist ausgestiegen. Ich kann jetzt leider keins davon reparieren. Machen wir das LAV noch kaputt. Ja. Weiter geht's nach F. Boah, es ist ein Geschüttel! Es lädt nicht nach! Ich kann nicht fahren. Raus! Das Ding funktioniert gar nicht mehr. Das ist komplett im Arsch. Häuserkampf. Ich hab da jemanden oben gesehen. In diesem Balkon. Wo? Nicht so viel ich weiß, kann man da nicht hin. Doch. Ich glaub, ich war vorhin dort. Oder? Oder was anderes. Keine Ahnung. Da ist ein LAV. Das versucht, glaub ich, gerade einer zur C4. Das ist erst in meine Mine gefahren. Da hab ich ihn. Wen? Den, der gerade den Dings repariert hat. Hat den Panzer repariert. Ach so. Na. Hm. Ich seh welche. Ich seh welche. Oh, da ist ein Panzer. Da ist oben einer. Da, wo ich gestorben bin. Ähm. Ja. Der ist zer tot. Uns gehört nur noch F. Ich guck mal, ob er uns am Spawn ab... Nein! Ah! Warum konnte ich mich eben schon wieder nicht bewegen? Bin in dem Panzer drin. Warum können die anderen C4 kaputt schießen und ich nicht? Man kann C4 nur mit ner Ding kaputt schießen. Mit ner Magnum. Oder nem Snipergewehr. Deswegen hab ich immer als Second-Waffe ner Magnum dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.